Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Fails of the Week over the top von der Fail Army. Wir lieben sie alle und wir starten auch direkt durch, ne? Wir haben ja keine Zeit. Ich bin doch gar nicht mad. Ich bin ja gar nicht mad, bro. So. Immer noch gehoopt dabei. Das müssen wir nachmachen. Schatz, das machen wir nach, ne? Da furzt ja. Springbock. Oh, ich dachte, der kriegt den selbst in die Fresse, aber der Kameramann ist natürlich auch gut. Das tat bestimmt auch ein bisschen weh. Der braucht mal ne Abkühlung, ne? Ah, Alligator! Uh. Ja. Weißt du? Da ist ne Ampel. Kann man noch mal warten, bis rot ist da. Für die Autofahrer und grün für die Fußgänger. Dann kann man da rüber gehen. Irgendwie geht's gut. Naja, immerhin. Einfach weitergehen. Das tut auch im Rücken weh. Da haben wir den Leuten ja jetzt nicht die Stimmung verderben. Da tut man so, als ob's nicht weh tat. Das tut noch ein paar Wochen lang weh, glaub ich. Das auch. Auch da auch genau mit dem Steiß auf die Steine da. Was ist denn das heute? Wenn sie jetzt noch den Bohr an den Kopf gerammt hätte. Schau mal an das. Oh. Wer lässt ja gestern? Habt ihr denn wieder gemacht? Sich nen Bohr an den Kopf gerammt? Oder hingefallen? Hm. Sind die Leute blind beim Autofahren? Hat nicht ganz gepasst. Einfach drin lassen. Das ist aber auch gemein. Ich würde die Lieferung jetzt wieder mitnehmen. Alessia sagt, das war Alina. Die hat sie gegen ihr Bett geschubst. Da war eine Leidung. Oh, d**k. Get out of the way, babe. Get out of the way of what? Go over there. Stupid f**k. Lighten fireworks off over there. Bleib einfach weiterfahren oder was da? Alter. Hat er sich gedacht? Einfach weiterfahren? Ist mir nix passiert oder was? Und er wurde nie wieder gesehen. Es hört sich sehr sturzlastig. Das ist ein guter. Hey, do you like your charred? Oder will a f**k? Die Flamme darf das Fleisch nur leicht küssen. Ist auf Feuer. Habt ihr das gesehen? Nein. Ich habe nie gesehen, ich habe nie gesehen, einen Trager wie so gesehen. Du wirst es auf Feuer. Hast du das Manual irgendwo? Ist auf Feuer. Ja, ja, ist auf Feuer. Oh, und die Klappe in die Fresse gekriegt. Ha! Ja, ist nicht lustig. Was ist da denn los? Kannst du eine Mühlmilch reinstellen? Die ist dann gut geschüttelt. All right, are you ready? Oh, mit dem Kopf. Gut, dass das nicht ganz so hart war, der Boden. Aber es gibt trotzdem Kopfschmerzen. Das sieht auch nicht sehr sicher aus. Das war eine Absicht. Was sagt die Schwiegermutter? Was war das? Da war wohl was im Weg. Da war wohl was im Weg. Ah, auch mit dem Kopf gelandet. Schön. War glatt. Immer gucken, wo man hinläuft. Und da hat sogar jemand angehalten und wollte ihm helfen. Das ist ja nett. Bruder auslachen. Schon wieder. Was ist das? Was zum... Wie weit will er da mit seinem Traktor noch reinfahren? Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Offensichtlich nicht sehr schlau. Das... Das ist auch nicht sehr schlau. Das ist auch nicht sehr schlau. Was ist das? Oh, come on, bro. Wir müssen das re-doen. Ja. Oh, mein Gott. Puh. Das ist ein epic... Was ist das? Was ist das? Du wärst jetzt nicht runterkratzen, da, oder? Dann musst du neu machen. Das war meine Doktorarbeit. Nun denn. Der Hund hat's gefressen. Hey. Das war gemein. Doktor Bassinator. Ja, nee, leider nicht. Ich bin ja durchgefallen, weil der Hund meine Doktorarbeit gefressen hat. Nur hat's nur für Hauptschule gereicht. Naja. Kaputt. Was ist das? Oh, mein Gott. Das war die расскажу. wenn ich mein Kostüm aufgelegt habe, war, dass es nicht ausgehen wird. Nun. Nun. Das sollte man vorher prüfen. Nicht? Ja, liebe Leute. Link zum Original-Video wie immer in der Videobeschreibung. Und ja. Das war's mit dieser Reaction. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.